Ostern ist für die Christen unter uns ein sehr wichtiges Fest. Trotzdem geht die Bedeutung mehr und mehr verloren, denn es ist mehr als nur Ostereier suchen und lecker essen. Auch der Karsamstag gehört dazu. An diesem Tag sollte nämlich eigentlich die sogenannte Grabesruh herrschen. Außerdem ist es interessant zu wissen, warum Ostern nicht immer an einem bestimmten Datum gefeiert wird. Das liegt daran, dass das Osterfest der westlichen Kirche sich an dem jüdischen Paschafest und an den Mondphasen orientiert. So ist der Ostersonntag immer der Sonntag, der dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang folgt. Doch auch an diesem Samstag haben wir wieder tolles Programm für Sie zusammengestellt. Wie zum Beispiel? Um 13 Uhr, da erleben Sie, wie man in einem SOS-Kinderdorf in Jakarta Ostern erlebt. Um 16.10 Uhr zeigen wir Ihnen eine neue Folge bei Anixe auf Rädern. Um 19 Uhr verwöhnen wir Sie mit frischem Spargel und einem Special Guest bei Kochen mit Anixe Gummans schnelle Küche. Und um 20.15 Uhr amüsieren wir Sie mit einer weiteren Folge von Ein Schloss am Wörthersee inklusive Gewinnspiel. Schalten Sie ein!